. 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 Nein! Oh nein, und die 30.000 Seelen! Oh Mann! Stepp! Ohne Witz! Ich habe auch keine Dinge mehr, keine Kugeln. Mann! Einfach komplett unnötig verloren, unnötig. Mann, ey, denk doch mal an die scheiß Seelen, die da liegen, anstatt das gleiche nochmal zu probieren. Ach, was mache ich denn da mit dem Jägerknochen, ey? Okay. Okay. Mann ey, die bringen gar einen Dip, keine 30.000 Nein! Nein, das war komplett unnötig. So. Nein! 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 Was? Erste weg. Nein! Fuck you! Leichtsinn, einfach nur kompletter Leichtsinn. Das kann echt nicht wahr sein. So. Ich könnte kotzen ohne Witz, kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe auch keine Dinge mehr. Super. Läuft. Ach man, die so leicht sind. Zurück, fertig, zurück, fertig. Aber nein. Läuft. Versрашzig, zurück. Läuft. 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 Läuft, und du mal da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl. Was ist das? Ich muss sowieso dreimal pumpen. So, nur noch einer. So. Dieser Wichser, ey. Da steht da extra. Kommt da extra angelaufen. Nein. Ey. Ja. Zehn Flaschen haben wir noch. Ja, ich habe auch die falsch auszunehmen. Und jetzt. So. Oder 60 Verteidigung. 30, 40. Das garantiert stumpf. 120 Krieg. Stopp. Das ist gut. 60, 60. Oh. Oh. Ist in Ordnung. So, und hier hängt auch ohne. So. Nein. Ne, die Rüstung hätte ich schon vorher wechseln können, ey. Ja. Ja. Kommt. Das war alles andere als gut, sagen wir es mal so. Alles andere als gut. Ja. Okay, das ist gut. Pass auf. Ja. Also. Das ist gut. Nie. Oh. Dann. Die Räumen. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Nicht. Oh nein, nein, da kommt schon, ey was soll denn das, ihr scheiß fette Arsche Penner, ey Wahnsinn, Mann ey, ein verkompleter Fehl, ein verkompleter Fehl. So, haben wir noch ein bisschen Leben zurückgekommen, ein verkompleter Fehl. Mann, 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 Mann. Hammer, Mann, Mann, Mann. So, So, die Tränke sind damit aus. Ja. Keine Tränke mehr. Ja, ich habe mich richtig scheiß angestellt. Deswegen, ich glaube, das war es jetzt erst mal mit Dungeons. Ja. Keine Führung mehr, keine Kugeln mehr. Ja. Werkstattschleier entzieher, den habe ich auch noch nicht. Aber, ja. Läuft bei uns nicht. Ich mache es mal so. Jetzt hat es... Ah, nein. Keine Hirst. Wir machen erst noch Keine Hirst fertig. Keine Hirst sind wir noch nicht fertig. Ähm... Keine Hirst sind wir noch nicht fertig. Wobei... Wobei... Egal. Egal. Ja... Fuck. Ähm... Ja, Keine Hirst sind wir noch gar nicht fertig. Ja... Kommt, die ich die töte, man weiß es nicht. Hm. Ich werde mit Feuer. Das muss man mal ausprobieren. So. Wir machen es dann mal mit Feuer. Und, ähm... Ach so, ja. Ist ja sowieso jetzt nichts mehr egal, weil wir zuerst noch kein Hirst gehen werden. Wir müssen auch nämlich in den Tunnel rein. Bevor ein Scanner es auch weg ist. Pff. Okay. War mal gut, diese Steinen 3. Waren wir gut, diese Steinen 3. 2.300 Gegons die Viecher hier. Okay. Armbach, keine Feuer holen. Ist ein bisschen... ...kmalig. Wenn dann das auch so sagt, aus... ...zudrücken. Ähm... Naja. Wer's a problem, wenn... Oh nein, ich tuig schon mal wieder. Wieso scheiß wie ich auch nicht? Ich hab nix zu meilen. Alter. Ach fuck, ey. Genau. Mhm. Okay. Super. Yeah. Okay, da ist aber nur noch ein Gegenstand. Also hier sind wir sogar schon fertig. Ähm, ja. Ähm. So ein Mist. Ähm, ja. Wir wussten ja, von Problem würde das Ganze nicht ansatzweise ausdrücken, was wir gerade hier jetzt echt für ein fettes Problem haben. Denn wir jetzt halt alle unsere Pränke, die 30.000 Seelen, die wir hatten, einfach rausgeschmissen haben. Ähm. Scheiß, Mist, wie ich... Äh, so kriege ich die Würmer nie, klein. Äh. Ach, wisst ihr was? Leckt mich doch. Ähm. Ich glaube, wir probieren es noch einmal und dann lassen wir es gut sein. Ja. Ich mache dann, äh, Pause. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ja. 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 Ganz klein bisschen Maul. Scheiß, wie ich... Trinken, 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 tja Kein Trinken da, meine Seelen sind auch weg So helle sind meine Seelen? Wollen wir mich doch jetzt verscheißern, oder? Ja Ich hätte gerne mal meine Seelen. Das sind die aber nicht. Das sind meine Seelen. Das sind meine Seelen. Verhaltet die Seelen Da betreiben mich keine 10 Pferde mehr hin Wir haben kein Leben Nichts, womit wir Unsere Gesundheitspunkte wiedergeben können Tja Ja, damit verschieße ich auch noch Meine vorletzte Kugel Läuft Läuft Oder auch nicht Okay Jetzt bin ich bereit Eigentlich nicht, aber was soll ich machen Was soll ich machen Ich hätte die 814 Hätte ich 10 GP-Dinge holen können, aber Tja Tja Da fährt die Polizei Und der Krankenwagen Feuerwehr vorbei ETF Sag ich dazu Ich wünsche Leute Laut heute Nur Feuerwehr Ah Tatsächlich Feuer Tatsächlich Feuer Ja Interessant Und der Eine Blutfiole Yeah Cool Feuer also Dann Muss ich Wohl Mein Schwert auf Feuer Verzaubern Also dann Dann kommen wir schon Ein paar mächtige Feuer Sachen da Ähm Damit wir Unser Schwert Hüten können Wir haben jetzt EIN TRANK Da muss Wohl was poppen Bisschen Damit 5 TRANK Möchte ich Gerne unterwegs Sagen So Okay So Okay Mal schauen Feuerangriff Plus 10 Das ist sehr stark Okay 91 Ja 100 Angriffe Verloren Aber dafür Haben wir den Effekt Dass es einfach Komplett alles Verbrennt Was wir Brauchen Ich kann jetzt Auch mein Feuerpapier Benutzen Aber Machen wir nicht So Schade Ich finde halt Schade Dass mein Schwert Jetzt nicht Brennt Oder irgendwie anders Ausliegt Das ist Mel absorber Sehr uter Sek Oh Oh Das ist Danke Oh Danke Your Folge Okay Vielen Dank.